Landkreis Rostock. Ursprünglich, nordisch, echt. Das sind das neue Logo und der Leitspruch des Landkreises Rostock. Anke Luckmann aus Hamburg hat den Wettbewerb gewonnen, den der Landkreis Rostock für die Findung eines neuen Corporate Design ausgeschrieben hat. Dotiert ist der Preis mit 4000 Euro. Das Logo zeigt einen stilisierten Umriss des Landkreises in den Farben Blau, Rot und Gelb. Dieser Entwurf habe die Jury voll überzeugt. Er sei vielfältig einsetzbar und dabei unverwechselbar, so Landrat Sebastian Konstin. Die Jury bestand aus den Mitgliedern des Kreistagspräsidiums, dem Landrat, Mitarbeitern der Kreisverwaltung, Einwohnern des Landkreises und Experten der Designakademie Rostock. Insgesamt waren 24 Wettbewerbsbeiträge aus ganz Deutschland eingegangen. Bei der offiziellen Preisvergabe wurden auch die Plätze zwei bis fünf ausgezeichnet. Mit dem Siegerentwurf der Grundelemente geht der Landkreis Rostock nun in die Ausschreibung für die Gesamtgestaltung und Umsetzung seines neuen Erscheinungsbildes. Es müssen beispielsweise der Internetauftritt, sämtliche Schreiben, Broschüren, Hinweistafeln und Beschilderungen an den Liegenschaften umgestellt werden. Dafür ist eine Summe von 55.000 Euro in den Haushalt des Landkreises eingestellt. Zum 10. Geburtstag des Landkreises Rostock am 4. September 2021 soll das neue Corporate Design umgesetzt sein.